Ich habe hier einen Kreisel in meiner Hand. Im Moment rotiert er noch nicht und ihr seht, er verhält sich ja wie jedes andere Objekt hier im Weltraum. Er schwebt so vor sich hin und ich kann ihn anstoßen und drehen in jede beliebige Richtung. Er ist ziemlich instabil eigentlich. Jetzt schauen wir uns mal an, was passiert, wenn ich diesen Kreisel in Rotation versetze. Dafür ziehe ich den hier mit einer Schnur auf und bringe ihn dann ganz fix mit einem schnellen Zug an dieser Schnur in Rotation. So, jetzt dreht er sich. Auf den ersten Blick sieht es relativ gleich aus, aber man merkt den Unterschied, wenn man anfängt ihn versuchen zu drehen. In diese Richtung kann ich den Kreisel parallel zur Drehachse relativ einfach drehen, zumindest das Gehäuse des Kreisels. Wenn ich nun aber versuche ihn in diese Richtung zu drehen, dann wird er störrisch. Er mag nicht. Das kann man daran vielleicht demonstrieren, wenn ich den hier nur versuche mit dieser Schnur nach links und nach rechts zu drücken. Ihr seht, er verhält sich relativ erstaunlich. Eigentlich würde man denken, er kippt, wenn ich ihn nur auf der Unterseite mit dieser Schnur hin und her drücke, aber die Kreiselachse bleibt komplett stabil. Das heißt, ich kann ihn ganz einfach nach links und nach rechts schieben, aber die Kreiselachse kippen, das schaffe ich fast nicht. Man sieht also, diese Kreiselachse, die möchte aus irgendeinem Grund stabil bleiben. Die wehrt sich dagegen, in eine andere Richtung gedrückt zu werden. Und das liegt daran, dass die Rotationsachse von sich drehenden Objekten sehr stabil ist. Wenn man es ausrechnet, dann kommt man darauf, dass die ISS ungefähr vier Grad pro Minute nach vorne kippt, um eben einmal in 90 Minuten eine vollständige Drehung um sich selbst und um die Erde durchzuführen. Das heißt, wenn die Theorie stimmt, dann sollte dieser Kreisel mit vier Grad pro Minute in eine Richtung kippen. Die ISS fliegt in diese Richtung und kippt gleichzeitig nach unten mit vier Grad pro Minute. Das heißt, was wir hier eigentlich sehen sollten, ist dieser Kreisel nach hinten kippend mit vier Grad pro Minute. So, ich werde jetzt eine Sache mal probieren mit diesem Kreisel, die vorher wahrscheinlich noch nie ausprobiert worden ist auf der Raumstation. Und zwar werde ich diesen Kreisel an der Schnur aufspannen, so dass er sich trotzdem noch frei bewegen kann, hier mitten in der Kabine und dann mal schauen, ob man vielleicht daran die Rotation der ISS um ihre vier Grad pro Minute nach vorn sehen kann. Ich habe keine Ahnung, ob es klappt, bin aber schon mal sehr gespannt. Wir betreten ein wissenschaftliches Neuland. Man kann mit dieser Vorrichtung tatsächlich sehen, dass die Kreiselachse wie erwartet aus unserer Sicht nach hinten kippt. In Wirklichkeit ist es tatsächlich so, dass diese Kreiselachse stabil ist, während die gesamte Raumstation um die Erde kreist und dabei nach vorn kippt mit vier Grad pro Minute.